Heyho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Survival Games und heute spielen wir auf einer komplett neuen Karte, nämlich Survival Games 4. Die Map hat vor ein paar Tagen, der war reine Map-Ersteller, das ist der Ersteller von den Karten 1, 2 und 3, der hat die rausgebracht und ich dachte einfach, ich wurde eingeladen hier mit anderen YouTubern, die mal zu spielen und ich bin mal wirklich gespannt, wer hier gewinnen wird. Ich kenne die Map noch nicht wirklich und es geht hier gleich los, ich renne mal nicht in die Mitte, ich renne nach hinten weg, würde ich vorschlagen und irgendwie kann ich hoch, geht, okay, gut, dann hier raus, genau, so. Wo renne ich mal hin? Ich bleibe mal nicht so dicht beim Spawn, ich renne mal lieber in Richtung Ferne an die Kuppel, aber ich glaube die Map ist schon recht klein, weil die Kuppel konnte ich eben schon vom Spawn aus sehen. Geil, ein Schwert und gebratenes Hühnchen, perfekt. Guter Start eigentlich schon mal, aber ich habe ja wirklich Angst, dass die anderen YouTuber da wirklich viel bessere Starts hingelegt haben. Ich habe keine Ahnung, so, hier entlang, ah, da hinten kommt ein Fluss, ein kleiner See, wie ich auf der Karte sehe. Hier ist bestimmt, das kennt man ja von den Karten unter der Brücke hier, so eine Kiste, ja, haha, aber nur ein Schwert und ein Verschneider, toll. Hm, gut, dann gehe ich mal wieder hier an Land, aber wohin, soll ich wieder zum Spawn rennen oder? Ne, ich renne mal lieber hier wieder nach einer Kuppel entlang, vielleicht etwas, oh, vielleicht etwas defensiver. Oh, ne, Pfeile, ich brauche keine Pfeile, weil ich doch noch gar keinen Pfeil und Bogen habe, aber, naja, Pfeile habe ich auf jeden Fall schon mal. Ich mache einen Pfeilenmarkt hier auf, ich verkaufe die hier später, bei Hangar Games, wo, hier ist die Kuppel schon. Hier ist schon das Ende, meine Güte, die Karte ist im Vergleich zur Dreier-Map wirklich richtig klein und da ist eine Kiste, Leute, da ist eine Kiste. Na, lol, Steinschwert, geil. Habe ich schon mal ein viel besseres Schwert als das normale Holzschwert. So, da hinten kommt jemand, da kommen welche, da kommt der Mob, scheiße, verpisst euch. Ich werde die einfach überschreiten, ich sneak mich mal, okay, der rennt vorbei und die anderen, die kommen hier nicht hin. Gut, dann verfolge ich den mal und hole mir mal hoffentlich den ersten Gegner-Tod ab. Also, nicht, dass ich sterbe, sondern dass der Gegner stirbt. Der hat auch noch kein Schwert, jawohl, aber der hat Diamantenstiefel und die möchte ich haben. Komm schon, bleib stehen, er rennt weg, er rennt weg. Das war klar, das war klar und, wie viel hält denn der aus? Ich habe doch hier ein Steinschwert, meine Güte, hält der viel aus. So, und das, komm, 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 hinterher, 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 dann kriegen wir, ahaha, da hat er einen Fehler gemacht mit den Lianen. Jawohl, der erste Gegner, den wir erledigt haben. Ähm, ich werde mir die Sachen später anziehen. Erstmal hier etwas die Lage sichern, würde ich vorschlagen, denn hier wimmelt es ja wirklich an jeder Ecke noch von Gegnern, kann man eigentlich sagen. Und so, äh, Schuhe, Helm, mehr habe ich leider noch nicht. Schade, ich bräuchte guten Brustpanzer, äh, ein Brustpanzer wäre schön. Äh, Schwerter, ich packe die mal auf die 9 und auf die 2er Stelle, denn wenn ich mich dann mal mit dem Mausrad verwehle, dann hab das Nodop. Das Nodop, wenn ich mich mit dem Mausrad verwehle, dann kann ich im Notfall immer noch, oder hab ich oft noch ein Schwert dann parat, weil ich dann einfach einen weitergeklickt hab, geschalten hab. Oh, Nodop hat grad einen, ah, warte, Nodop, nicht wegrennen, Nodop, bleib hier, bleib hier, der hat nämlich grad mit jemandem gekämpft, der müsste eigentlich wenig Leben haben, also Nodop, es wär schön, wenn du hierbleiben könntest. Hallo, Nodop, nicht wegrennen, Hallihallo, Nodop, hm, der Zug fährt gleich, hallo, Nodop, äh, ist der weit weg, austricksen, andersrum. So, hier geht das überhaupt, ja, da kommt er, okay, Kampf 1 gegen 1, oh, da fall ich runter und er aber haut bestimmt ab, oder? Nee, er haut nicht ab, oh, scheiße, 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 ich werd verlieren, ich werd verlieren, eindeutig, er nimmt noch einen Trank, alter, was macht er denn? Was ist denn das für überhaupt für einen Trank? Bestimmt gesund, gesundheit, geil, ich hab Nodop bekommen und der hatte richtig gute Sachen, unter anderem Diamanten dabei, geil, aber ein Diamant bringt mir leider noch nicht viel, das bedeutet, ich brauch nochmal den anderen Diamanten, aber den hat er ja nicht dabei gehabt, Nodop, Mann, streng dich nächstes Mal mehr an, so, hier rauf, erstmal und die Lage, checken und dann mal, mich ordnen, so, Hose, hab ich schon mal, noch ein Steinschwert, so, dann kann ich mich auch gar nicht mehr verwählen, mit dem Mausrad, ansonsten, ja, ja, steaks, Pfeile brauche ich, lege ich mal unten rein, damit ich immer sehen kann, wie viel ich noch hab, und dann gebe ich mich mal hier in die Burg, mal gucken, was sich da befindet, nachdem ich hier mal eben gucke, was los ist, das, eigenartig, ich finde hier auch gar keinen Namen, es wird langsam dunkel, hier müssen noch eigentlich überall Namen sein, oder sind schon so viele raus, ich weiß es nicht, so, hier ist ein Eingang für die Burg, ähm, das sieht ja hier aus, alter Mann, voll die Baustelle ist das noch, und da oben ist einer, wer ist denn das überhaupt, wer ist das, BGM-Flow, glaube ich, oder, kann es sein, die von Manja Mellon, ich glaube schon, das Kind kommt mir bekannt vor, so, hinterher, und man, da, wow, er hat, glaube ich, sich selber getroffen, komm, 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 stirb, den kriegen wir, den kriegen wir, Leute, der hat keine Chance mehr, ja, und da hat er noch einen Trank dabei, alter, woher, ich hab, Leute, ich hab mich nicht getäuscht, oh, der hat einen Brustpanzer, komm schon, komm schon, komm, den müssen wir kriegen, den müssen wir kriegen, nein, alter, Alter, ich kann mich nicht mehr bewegen, mein, und warum sterbe ich eigentlich nicht, Mann, wie viel halte ich denn aus, Mann, ich bin ja hier voll der Terminator, Mann, alter, Mann, der Typ, der kriegt mich nicht platz, aber ich bin tot, ich bin so gut wie tot, Leute, tut mir leid, dass ich hier nicht gewinnen kann, ähm, kann, oh, er hat mich richtig weit weggeschlagen, alter, renn, renn, komm, renn, lauf, Forrest, lauf, ich hab's, komm, technisch, drauf, so, äh, pff, einfach wegrennen, würde ich vorschlagen, einfach weg, hier über die Bahngleise, hier ab in die, über den Zaun springen, so, ich hab keine Ahnung, ich, ich nehm gleich mal Trick 17, wenn ich hier auf der Straße bin, ob der Typ mich noch verfolgt, denn mit F5 kann man dann sozusagen in den Rückspiegel gucken, das mach ich gleich auch mal, aber ich glaube, noch ist noch hinter mir, renn, 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 bloß nicht stehen bleiben, so, Moment, ich seh da nix, okay, dann haben wir anscheinend Glück gehabt, ja, da ist keiner mehr, jawoll, boah, aber, Leute, alter, mein Herz, das pocht, das glaubt ihr gar nicht, das, das ist wirklich nicht normal bei Hunger Games, alter Schwede, ey, so, ich sneak mich mal hier entlang, hier ist doch bestimmt auch was, ich, komm, wir machen es mal langsam, mein Leben muss sich regenerieren, dann, äh, sneak ich mich mal hier hoch, und ist da oben überhaupt einer, das würde mich auch mal interessieren, unten ist keiner, und oben ist auch auf Anhieb keiner, aber da könnten natürlich immer welche um die Ecke gesprintet kommen, mein Leben ist schon mal voll, aber da oben, und da unten ist keiner, okay, gehe ich mal weiter hoch, ganz langsam, Leute, wir haben es ja nicht eilig, meine Güte, ich wollte wirklich über Themen hier, und Geschichten aus meinem Leben, wie in den normalen Hunger Games, äh, Folgen sprechen, aber, so wie das hier aussieht, kann ich das ja heute nicht, weil ich bin hier wirklich so angespannt, weil ich gerade einfach gewinnen möchte, also, neue Karte, ne, Leute, bitte verzeiht mir, dass ich hier gerade mal keine Geschichte einbaue, kommt dann nächste Folge, oder beim Eternal Frost Mod, äh, was wollte ich hier, gar nichts, ne, ich, äh, okay, Schwerter tausche ich mir aus, und, oh, Trank, 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 dann mit dem Trank können wir eigentlich später noch was machen, was cool ist, nämlich die Gegner trollen, aber ich habe irgendwie die Angst, dass ich mit dem Trank nicht umgehen kann, und die Gegner mich dann damit irgendwie trollen, weil ich mich selber damit verletze, haha, da kommt einer, ist das der Typ von vorhin? Ich glaube schon, okay, mein Leben ist wieder voll, dann könnte ich ja eigentlich eine neue Chance bekommen, und einfach mal hier runter sprinten, oder wollen wir es schnell machen, einfach hinterher rennen? Hat er mich gesehen? Ne, der geht wieder weg, okay, dann ab, hinterher, 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 und mal gucken, ob wir ihn noch kriegen, oder ob wir ihn nicht kriegen, so, da, nach links, ne, was, ne, wer kommt denn da? Oh, geil, das gibt Punkte, ah, Treffer, nein, ich habe den Leben verloren, soll ich wegrennen? Ne, ich, ich gehe rauf, okay, ich gehe, aber das schaffe ich nicht, nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, ach, Mann, ich bin gestorben, wegen so einem Fehler, weil ich, ach, Mann, wäre ich eben weggelaufen, dann hätten die beiden das unter sich ausgemacht, und ich hätte dann nur noch einen besiegen müssen, ach, Mann, vielleicht gibt es ja noch eine Wiederholung, hoffe ich mal, auf jeden Fall hat mir die Map bis jetzt richtig cool, gut gefallen, mal wieder, die fand ich richtig gut, schön klein auch mal, hm, naja, mal gucken, ob es eine Wiederholung gibt, wenn ja, dann schneide ich die einfach hier ran, haut rein, haut rein, haut rein, Leute, tschö mit Ö, Bewertung, wäre natürlich schön, haut rein, tschöö. Hey, ho, Minecraft-Freunde, wir haben einfach eben mal beschlossen, dass wir noch eine Runde hier hinten ranhängen, und deswegen denke ich einfach mal, dass ich einfach die gleiche Taktik nochmal verwenden werde, damit ich einfach hier gute Chancen habe, denn das ging ja eben auch recht gut, aber ich bin dann am Ende, ja, durch meinen eigenen Fehler gestorben, und das möchte ich einfach mal diesmal verbessern, und ich hoffe mal, dass ich hier bessere Karten habe. So, der Countdown kommt ja da schon gerade, und eins, der Schalter müsste, ja, okay, der Schalter wird betätigt, dann kann ich ja schon mal springen, okay, geht los, sprinten, hier wieder hoch, und dann, wie war das in der, wie war das eben gerade, da bin ich doch, ähm, in den Wald, in die Richtung hier, und dann war im Wald eng, wobei eng ein Baum, eine Kiste, und dann dahinter eng ein Teich, glaube ich, noch was, aber unter der Brücke, ach ja, das war ja die, ja, die Wareide-typische Brücke, ähm, ja, ich gehe mal weiter hier in die Richtung, und ich habe mir eben vorgenommen, ich habe mir wirklich diese Folge hier vorgenommen, die ich einfach hinten ranhänge, weil ich halt schon eine andere Taktik habe, oder eigentlich die gleiche, ähm, dass ich einfach mal diesmal über ein Thema sprechen kann. So, also, ich habe mir das Thema rausgesucht, oder Geschichte, eher gesagt, ähm, Fahrradtouren mit, mit Milchbubi. Ich sage euch das, vor knapp sieben Jahren, vor knapp sieben Jahren, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob wie, vor wie vielen Jahren das war, vor sieben Jahren, sage ich einfach mal. So, da waren wir auf, ja, hatten wir eine Fahrradtour auf einen Berg gemacht, so. Und wenn man auf den Berg fährt, muss man ja auch irgendwann wieder runterkommen. Und Milchbubi, hatten wir da solche Geschichten, außerdem wäre es Milchbubi überhaupt, derjenige muss mal, ähm, hier meine, ich glaube, die Hunger Games Folge 14 gucken, ich, nee, 13, 13 ist das, glaube ich, da macht Milchbubi mit, und vielleicht, viele kennen ihn vielleicht auch noch vom alten Kanal, also, ähm, ja, Milchbubi, äh, Milchbubi ist einfach ein cooler Charakter, oder ein cooler, cooler Typ, einfach, sage ich mal so, wer ihn nicht kennt. Und, auf jeden Fall, hat Milchbubi dann so zu mir gesagt, damals, ja, ähm, ich hatte hier einen Freund, und der hat da gebremst und hat sich dann überschlagen, als er den Berg runtergefahren ist. Der hat da gebremst und hat sich überschlagen, mehrfach. Und musste dann ins Krankenhaus und hat da auch eine, ja, ähm, und hatte sich, ja, und hatte sich irgendwie, ich weiß, was hatte Milchbubi gesagt, ist ja schon länger her, und hat noch irgendwas, oder irgendwas ist dem Freund auf jeden Fall passiert. So, und dann dachte ich so, ich war ja noch recht jung. Ähm, ja, toll. Was macht man dann da? Da waren wir oben, schön hier Picknick gegessen, und dann, ähm, ja, ähm, außerdem, was war das denn hier überhaupt? Ah, haha, geil. Geile Idee vom Map-Abbau, also, das ist wieder etwas, glaube ich, recht Neues, hier bei den Maps, also, sowas gab's, glaube ich, vorher noch nicht, und das Hühnchen der Unendlichkeit, doch nicht. Ähm, ja, dann mussten wir wieder runter, und ich bin natürlich vorausgefahren, Gomme voraus. Und was macht da Gomme? Er fährt, und ich sag euch mal so, der Weg war richtig schotterig, ich kenne den ja von heute noch, und da ist wirklich ein Gegner. Ich, ah, er hat mich gesehen, ja. Ähm, ich komm mir mal eben bei, da rein, und, wie komm, wo ist der Eingang? Wo ist der, hier ist der Eingang, okay, gut. Geh ich mal hier rein, und dann gucke ich mich hier mal um, aber das ist hier gerade etwas gefährlich, wenn der mich gleich mit dem Eisenschwert überrascht, und irgendwo war hier ein Türgeräusch. Hä? Hä? Lol, lol, er rennt weg. Los, 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 rauf, rauf, rauf. Wie ich ihn immer zur Seite schubse, einfach nur genial. Ah, herrlich. So, bleib stehen! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jawohl. Oh, wie viel hat der denn dabei? Der hat nämlich, das sind solche Leute, die sammeln für einen den Kleinkram, und wenn man die tötet, kriegt man dann den ganzen Kleinkram, mit dem man überleben kann. So, Stiefel haben wir schon mal, Helm haben wir wieder. Huh, okay, und trank in der Geschwindigkeit, Essen, aber noch keine wirklich guten Essensteile mehr, keine gebratenen mehr. Schade, schade. Und dann war es so, ja, der Weg, wo es runterging, war recht uneben, sage ich mal. Also, der war richtig schotterig. Lol. Jawohl. Gebratenes Steg, Tränke und ein Schwert. Nicht schlecht. Der Weg war richtig uneben. Das war wirklich so stufenweise, sage ich mal, ging es nach unten. Und dann, ähm, ja, bin ich mir in meinen jungen Jahren da runtergetackert. Dum, 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 dum. Und ich wollte immer schneller. Es ging ja bergab, äh, ich kann nicht mehr reden, bergabwärts. Und dum, 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 gommedings runter. Und dann, ja, dachte ich so, oh, ich kann ja nicht bremsen, nachher überschlage ich mich noch. Und dann wurde ich immer schneller. Und die Ruppel wurden natürlich auch noch immer größer und haben mein Fahrrad immer mehr so, ähm, in Vibration gebracht. Und, ähm, dann, ja, kam ein Moment, wo ich jemanden töten musste. Rauf! Boah! Nein, der hat mich richtig fett getroffen, glaube ich. Oh, zwei Leben noch. Oh, zwei. Ah! Boah! Boah! War das knapp. War das knapp. Leute, der ist mir nämlich genau in den Schlag gesprungen, sage ich mal. Das war heftig. Das war aber mal richtig heftig. Puh! Alter, ich dachte schon, ich sterbe. Mann, ich hab doch hier ein Steinschwert gehabt. Boah! Alter, was geht mit euch ab, Alter? Schwede, Mann. Ah, da, Glückwunsch ankommen. Ja, dankeschön. Ah, wenn du dort fragst, wozu? Naja, egal. Ah, und dann, naja, pfff, wo war ich stehen geblieben? Ja, dann ging's bergab. Und ich konnte mit meinen Fingern, mit meinen kleinen Fingern, kam ich schon kaum noch an die Bremsung heran, weil es ja immer so schotterte und alles ruckelte. Und dann, ja, kam ich auf einen Stein zu. Es war, ich wurde immer schneller und da war so ein angeschrägter Stein, wo der Weg drauf stand, meinetwegen Pfeil, nach rechts, ja, da ist der und der Berg. Und dann bin ich über den Stein gefahren. Mein Fahrrad war danach außerdem vorne, also der Reifen vorne, komplett Schrott. Also, ich bin auf den Reifen raufgefahren, der war ja so leicht schräg, bin über ihn gefahren, bin darüber geflogen und, naja, geflogen, also, gesprungen, eher gesagt. Und dann waren da zwei Bäume. Ich musste, und dann ging's noch mehr berg, also, dann ging's noch steiler runter, ohne Weg mehr. Das müsst ihr euch wirklich vorstellen. Ein Weg da runter führt vom Berg und dann kommt einfach so eine Abzweigung, also so ein Weg nach links, wo man langfahren muss, aber, und, wenn man geradeaus weiterfahren würde, würde ein Abhang kommen. Und da waren halt, äh, zwei Bäume und damit ich da nicht runterfliege, hab ich meine, also bin ich dann wirklich, hab ich mich vom Fahrrad so abgesprungen, hab die Arme dabei ausgestreckt und bin wirklich, ähm, zwischen den zwei Bäumen, hab ich, oder durch die zwei Bäume, hab ich mich dann so, ähm, festhalten können. Also, ich wurde eher so nach hinten, nee, katapultiert nicht, aber so nach hinten bin ich dann gefallen und das Fahrrad ist halt den Berg runter und hatte dann wirklich komplett Schaden, aber das war gar nicht mal so lustig, im Nachhinein eine wirklich spannende Geschichte, kann ich immer, an die erinnern, man sich auch immer wieder und ich find das wirklich eine absolut spannende Geschichte, also die ich da erlebt habe. Ihr habt bestimmt auch schon, wenn ich euch jetzt fragen würde, was habt ihr schon so für spannende Geschichten oder so erlebt, dann würden da wieder die unglaublichsten Sachen kommen. Würde ich natürlich gerne von euch wissen, weil das unterhaltet mich natürlich immer sehr, wenn ihr mich, mir da irgendwie, ja, ihr entertaint mich damit einfach, mit euren Kommentaren, sag ich mal, und ich antworte dann meistens auch und da vorne ist BGM Flo, den wir vorhin beim Anfang schon hatten, und renne ich dem hinterher und mit dem Geschwindigkeitstrank auch noch nicht, hm, schwierige Frage, naja, das war halt so eine spannende Geschichte aus meiner Kind, Baby Kindheit, sag ich mal, so, wo ist dann da vorne, der, der hat mich glaube ich noch nicht gesehen, oder, oh nein, oh nein, jetzt hat er mich bestimmt, ich sneak mal eben, der hat mich gesehen, ja, toll, der hat mich gesehen, der hat einen Kürbis in der Hand, der soll ein Schwert in der Hand haben, der rennt weg, anscheinend hat er wirklich noch kein Schwert, der hat hier einen Brustpanzer, der hat goldene Schuhe, alter, wenn wir den bekommen, das ist aber hier, Schluss mit lustig, bei dem Spiel hier, alter, bleibt mal stehen, was geht mit euch ab, wow, okay, wenn wir den bekommen, der hat anscheinend kein Schwert, das wäre schon mega heftig, aber der rennt ja weg, das ist ja nicht mehr normal, da vorne stehen welche beim Spawn, her, komisch, auch die Gegend hier, finde ich sehr schön gestalten, geschaltet, ähm, etwas verwüstete, etwas noch nach Baustelle aussehend, eher, so rum, finde ich richtig geil, also, genau sowas hat eigentlich noch gefehlt, natürlich hier nicht die großen Hochhäuser, oder so, braucht man ja auch nicht immer, man sieht ja hier, was ja alles noch, so, jetzt auch mal, was ja alles hier noch, ähm, episches, hinzukam, ja, und den kriegen wir jetzt mal, mit einem Trank, oder nicht mit einem Trank, so, der geht hier in den Häuserkampf, okay, wir dürften ja eigentlich einholen, ich habe ja hier Geschwindigkeit drauf, ja, okay, den holen wir ein, nein, der Tränke, wow, alter, verarsch mich, verarsch mich nicht, Mann, wie wenig Leben habe ich da, oh, Alter, oh, wie viel Leben hatte ich eben, ich glaube, ich hatte nur noch ein Herz, oder, habe ich nicht mehr ganz gesehen, aus dem Augenwinkel, auf jeden Fall recht wenig, und ich gehe, nee, warte mal, ich gehe hier nochmal weg, bevor mich Nodob noch abschießt, mit seinem Pfeil und Bogen, damit hat er ja schon Leute abgeschossen, wie ich vorhin gesehen habe, puh, geil, eine Hose fehlt noch, aber ansonsten hatte der auch nicht viel dabei, viel Gutes, keine guten Nahrungsvorräte, hm, schade, macht aber auch nichts, dann gehe ich mir hier mal wieder raus, hier ist der Ausgang anscheinend, und, wo bin ich denn hier auf dem Flughafen, oder was ist das, hm, wo renne ich überhaupt mal hin, wäre eine gute Frage, hm, in den Ort, okay, ich renne mal in den Ort, und gucke mir den nochmal genauer an, ich habe ja noch Geschwindigkeit drauf, das heißt, ich kann da vielleicht ein paar Gegner überraschen, ähm, oder, nee, stopp mal, mein Leben ist doch noch gar nicht voll shit, mein Leben, wenn hier einer kommt, der macht mich, der tötet mich direkt, ich geh, hau mal lieber wir ab, oder, haha, Trick erkannt, und ja, da war Leder drin, dann denke ich mal, dass ich mit dem Leder, mir, ähm, irgendwas craften kann, und, in der, war da nicht in der, da war doch was drin, da war doch eine Werkbank drin, wenn ich mich nicht täusche, in den Hallen da, doch, da habe ich doch vorhin, hier war ich doch vorhin, da habe ich eine, da habe ich eine Werkbank gesehen, da gab es eine Werkbank, auf jeden Fall, dann renne ich da doch mal hin, und klappe vielleicht nochmal auf dem Weg dahin, ein paar Kisten ab, essen, packe ich mal nach unten, habe ich noch mehr essen, hm, 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 nee, nicht wirklich, gut, dann renne ich mal in die dritte Lagerhalle, glaube ich, war das, oder war in der hier noch was, nee, da war nix, gut, dann aber hier, und da ist die Werkbank, oh yeah, so, essen, 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 was mache ich, ein Schwert, dann, was kann ich mir noch machen, ich kann mir, warte, 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 hm, eine Hose geht nicht mehr, ich habe, ja, ich habe eben überlegt, ob ich mir vielleicht aus dem Leder noch eine Hose machen kann, aber so viel bringt das dann, ja, denke ich auch nicht, und ist da vorne einer, ich glaube, da hat sich was bewegt, Nodop, kacke, kacke, Nodop kommt, aber der hat nur eine Eisenrüstung anscheinend, was, wow, was hat der denn, der hat einen Pfeil, verzaubert, einen Pfeil und Bogen, was, und der, hat er sich gerade selbst geschadet, oder hat er einen Gesundheitspotion, so, abhauen, Leute, abhauen, Trick Nummer 17, den ich vorhin nicht angewandt habe, erst mal in die Lagerhalle, und dann gleich mit dem Eisenschwert, das er noch nicht gesehen hat, umdrehen und verarschen lassen, Nodop, du Penner, wer hat hier die Map ausgeleert, äh, ausländisch gelernt, alter, was geht denn mit dir ab, Nodop, lass mich hier raus, Mann, aber ich habe einen Körbis, den kann ich hier mal eben hinstellen, was, Lava, nee, nicht im Ernst, oder, es kommt Lava, und er schreibt an, schreibt er was im Chat, geil, Leute, los, 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 rauf, 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 ah, Mann, das war aber, glaube ich, richtig knapp, oh, hätte ich ihn bekommen, das wäre aber mal richtig, richtig heftig, oh, das wäre mal, das war gerade aber wirklich richtig epischer Kampf, boah, Nodop, Respekt, alter, gut gespielt, naja, okay, gut, ähm, das wäre es dann auch für die Folge, ich denke, meine dritte Folge folgt nicht, wir haben auch schon ein recht langes Video, ähm, ich hoffe mal, es hat euch gefallen, ihr könnt mir ja wieder eure Geschichten oder so, in die Kommentare posten, Themen, oder auch einfach gerne eine Bewertung da lassen, die mich sehr, sehr freuen würde, ähm, dass es einfach mehr Feedback gibt, und ja, haut rein, Leute, hat Spaß gemacht, schön mit Ö!